Ich heiße Eva Allenbach, ich komme aus Zürich und ich spiele die Therese Sickinger, die eine geheime Liebesbeziehung zu der Gräfin hat und die eine Schwester hat, die sehr aktiv in der Sekte der Pörschlianer ist. Ja, ich habe begonnen mit eigentlich nur noch auf Deutsch zu lesen, so Computer, Renateleinstellungen, also Handy-Einstellungen auf Deutsch, die Sachen, die Liste zum Einkaufen auf Deutsch und solches Zeug. Ich weiß nicht, wie ich mich darauf vorbereiten kann, aber ich habe mir auch manchmal gedacht, wie verzweifelt ich Therese bin und wie fest ich glaube, dass ich wirklich es schaffen werde oder ob es irgendwie auch fast etwas martyrerisch hat. Lass ab von mir! Lass ab! Gott, was ich strafen! Als Dienstmädchen nicht zu verschwinden, also weil es ja ein Dienstmädchen ist, das ist so unscheinbar leise, aber es ist doch auch die Co-Hauptdarstellerin und deswegen, also die muss auch eine Kraft haben, obwohl sie sozial eben eigentlich immer weiter niedriger gestellt ist und das fand ich, ja, das finde ich schwierig eigentlich und also eine tolle Herausforderung. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!